Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde League of Legends. Hi, hi. Heute spielen wir mal einfach nur Champs, die wir uns selbst ausgesucht haben. Ja, wobei ich Ash auch noch nicht oft gespielt habe, aber... Ja, ich sehe es noch gar nicht. Und wir spielen gegen das Verliereraktiv Wukong, Lee Sin, Karthus, Graves und Reng Leng. So sieht es aus. Ja, mit dem Team Alistar, Nunu, Ash, Six und Frondle. Klaus und Ash, wir spielen Six. Ich bin mal gespannt, wie ich das Ulti versammel hier. Naja, selbst wenn du mit der Ash nix reißt, kannst du dich trotzdem in einen Pfeil verwandeln und wenigstens ein bisschen Schaden anrichten. Genau. Wir machen heute ein bisschen so How to Play a De-Carry. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das wird schon. Nee, das ist gar nicht mal so schlecht. Die Zuschauer wollten ja auch ein bisschen Erklärung dazu haben, wie man unter anderem die Chars spielt. Auch unter anderem Items. Dann sollten sie nicht mir zugucken. Ja, stimmt. Mit Last Hit Last ist ja nicht so. Probier es aber jetzt mal. Ja, ja. Ich probiere es. Probier mal so zur zehnten Minute 70 Creep Kills zu haben. Okay. Okay? Okay. Mal schauen, wie nahe du rankommst. Zur zehnten Minute 70 Creep Kills. Das ist dein Ziel für jedes Spiel ab jetzt, dass du zehnte Minute 70 Creep Kills hast, wenn du als AD oder auch AP. Also wenn du auf einer Lane bist und nicht Jungl ist. Und nicht Support Spiele. Ja, ja. Dann sollte ich mich kein 70 Kills in einer zehnten Minute haben. Nee. Wir haben einen Nunu mit einem lahmen Rechner im Spiel hier. Der spielt auf dem iPhone. Aber auf dem ersten. Wir haben ausnahmsweise auch mal einen Jungler. Ich kaufe mir mal als erstes die Schuhe und Tränke, oder? Genau. Da du keinen Spiele hast auf der Lane. Ich muss mir erstmal die Skills durchspielen. Was haben wir denn hier? Und was? Was kriegst du als erstes? Frostschutz oder Salve? Du machst Salve, dann Frostschutz, dann Salve, dann den Adler und skillst halt Salve hoch und dann den Frostschutz und dann den Adler da. Wollt ihr auch was davon? Ich habe doch einen Healer als Support hier unten. Ach, ich hatte immer noch den anderen in Erinnerung. Aber es passt so. Dann braucht er dich als erstes Healer hoch zu skillen. Ich weiß gar nicht, was ich als erstes Healer hochkennen soll. Oh, ne Kuh. Was will der? Jetzt aber schnell! Ne Kuh. Irgendwas mit Bruno. Ich ziele sehr genau. Die Basalen sind erschienen. Full Mage, dann soll der nicht top spielen. More or less. Ja, super. Super Antwort. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Oh, ich hänge mit meinen Kopfhörkabeln fest. So. Wir müssen schnell weiter. Kann ich hier schon vergessen? Der Ali geht hier schon und verpugelt meine Creeps. Ich ziehe sehr genau. Ja, wenn der Ali mir die Creeps klaut, dann komme ich nicht auf 70. Ja. Das hat ja schon mehr Last ist als ich. Ist gut, ne? Einverstanden. Boah, Ali. Ich drehe am Rad hier. So, ich muss den Chef hier verstehen. Wollt ihr auch was davon? Ah, okay. Achso, der Frostschutz macht nur, dass die dann langsamer sind, ja? Jaja, wenn du die mit Style betriffst, dann mit Frostschutz, dann bleibt es halt langsamer. Du machst mehr Damage auf Eingefrorene oder so, wie auch immer das heißt. Einverstanden. Jetzt aber schnell! Jetzt aber schnell! Boah, der soll aufhören, die Creeps zu hauen. Das ist ja schrecklich. Wir müssen schnell! Kein Benutzer. Es ist sowieso spät, wie er sich schon so gepusht hier, wenn man mich da machen kann. Wollt ihr auch was davon? Na ja, die haben ja keinen Jammer, deswegen. Oder bin ich jetzt doch Jammer? Ach. Du bist heute ganz am Schlafen. Ja, ja. Ja, ich habe immer noch das andere Spiel, wo er dann gedosscht hat, in Erinnerung, das Ding. Bei mir ist SS. Ah, ne, da ist es. Jetzt aber schnell! Boah, Ali, ey. Jetzt aber schnell! Jetzt aber noch ein wenig nach oben, oder? Jetzt bitte schaue den richtigen Ich-Roll gedrückt! Ich-Roll noch hinten. Jetzt sie bitte nicht. Ich-Roll Schlafen für den Olympia oder hier? Ich-Roll-A Ahntel-Als Aid. Ich-Roll jetzt noch ein bisschen zu sehen. Ich-Roll-Alsyy-Alsüd-Als nicht. Jetzt bin ich im Nachmittag. Nein. Dann ist doch auch nicht passiert. Ich-Roll soll mich nicht zu sehen. wir müssen schnell weiter still gestanden Wollt ihr auch was davon? Wollt ihr auch was davon? EINVERSTANDEN Na, schau Hey? Hat das irgendwie jemand weh getan? Nö Hat das jetzt nicht so ganz verstanden, wieso das gemacht hat? Einfach mal die Ulti ausprobieren Wahrscheinlich So geht die Ulti Das ist ja überhaupt nicht so genau Ach, das ist ja kein Rhythmappt das Erkrank Geh 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 Sche Geh Jetzt aber schnell. Wir müssen schnell weiter. Wollt ihr auch was bekommen? Schade, dass du es nicht drauf hattest. Verdammt, wie geil war das denn? Ich bin noch da, ja. Ich musste mich gerade ein bisschen konzentrieren hier. Hast du es mitbekommen? Ich hab dich gehört. Leo, der Karsus ist abgehauen. Denk ich mir, okay, die sind wahrscheinlich bei Blue. Also speich ich meine Ultimeistin Blue hin. Den Rest hast du mitbekommen? Ja, ja. Den Rest habe ich mitbekommen. Warum der Ali so weit gerannt ist, weiß ich, stehe ich auch nicht, aber gut. Ein... Mal... Angriff. Wenn ich kein Geld habe, hole ich mir zuerst das Zepter. Wollt ihr auch was davon? Einverstanden. Boah, jetzt macht er sogar schon Fähigkeit, um die Creeps zu killen. Nein. Oh, Alter. Das war so klar, dass das ist, es kam. Ihr wurdet getötet. Ah. 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 Aber der Char ist wirklich losgegen, muss ich sagen. Das war's für heute. Einverstanden. Wir müssen schnell weiter. Ich ziele sehr genau. Ich habe wieder blau geklaut. Ich habe wieder blau geklaut. Ich liebe diese Ulti. Oh Mann. Ich bin so schön. Ich habe die Ulti gesehen. Ich habe mich dabei. Ich habe das heute. Ich hatte eine Klapple. Der Gegner hat einen Turm zu stürmten Vielleicht spielen wir etwas vorsichtiger Ich nicht SS-Botten 2 Ein Gegner wurde getötet Stillgestanden Ich drücke noch die falsche Pass Wir müssen schnell weiter Nein geht der da weg schade 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 Da muss der Affen Mensch Dieser nicht Wollt ihr auch was davon? Wollt ihr auch was davon? Ich ziele sehr genau Ein Gegner wurde getötet Ein Verbündeter wurde getötet Jetzt aber schnell Wir müssen schnell weiter Hau ab Hau ab Ich bin sowieso tot Ich renne einfach in den Tower von denen Scheißegal Na da kommt genau der vorbei Und da kommt Kratos Da war kein Weg mehr zum abhauen Ich hätte jetzt nicht so lange da bleiben müssen Wollt ihr auch was davon? Jetzt aber schnell Ich weiß nicht er schwirrt Nicht mein Lieblings AD Carry Ja du bist wieder die ganze Zeit alleine Wir müssen schnell weiter Du musst sobald der Tower fällt Gehst du einfach Ich muss farmen Weil mir der Dings alles geklaut hat Still gestanden Ich ziele sehr genau Ich ziele sehr genau Jetzt aber schnell Jetzt aber schnell Wir müssen schnell weiter Wir müssen schnell weiter Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht warum wir da gekämpft haben Aber Tower Tower Hat aber keiner Naja ich war ja drauf am Anfang aber Wollt ihr auch was davon? Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Wir müssenfreund anyways Ach Ah, kein Platz für im Inventar für The Walls Ok Einverstanden Ah Wir müssen schnell weiter Ich muss was verkaufen Einverstanden Ja Verstanden Ja Verstanden Wir sind alle hier? Nein, nur nur fehlt Ich habe das als Eröffnung angesehen, wenn die da... Wir sind alle hier Wir sind alle hier Wir sind alle hier Wir sind alle hier Mach deinen Frostfall aus Ach so Das ist Mana Da muss man erstmal dran denken Mach nur an wenn du Leute attackst Ja ja Da habe ich ja gerade einen attack Deswegen hatte ich es an Ja Jetzt aber schnell Zeit zu lernen aufbebeben Ein Verlündeter So Einverstanden Geh weg, ge weg, ge weg Schöne immer hinter uns Wollt ihr auch was davon? Du guckst halt nicht drauf, wo du hinläufst Das ist auch so ein Problem Ich habe hingeguckt, ich dachte wir greifen da an, warum habt ihr nicht angegriffen? Weil wir gucken mal mein Mana an Geh weg Wir müssen schnell weiter Wir müssen schnell weiter Jetzt aber schnell Geh weg Ausfall aus Ziele sehr genau Daran muss ich mich auch gewöhnen, das ist so ein Scheiß Eigentlich kann die ja gar nichts, die hat ja eigentlich nur zwei Fähigkeiten Na ja Diese Dieser Champ der nichts kann Hat nicht die Freude auseinander genommen Ja Die hat wenigstens eine Slow Hat MF auch Ja aber Ja Ja Wir müssen schnell weiter Die scene ist gut Wollt ihr auch was davon? Jetzt war das schnell! Das war's für uns! Ich weiß, dass ich auf den Weg bin. Ich weiß es, dass ich eine Verbotten habe gesagt habe. Das war's für uns. Da gab es wieder. Ich hab dich gerade gar nicht gesehen ehrlich gesagt, ich weiß nicht wo du warst Wir müssen schnell weiter Als ich gestorben bin war ich hier und ihr wartet da Achso ja, das ist ein bisschen Noch weiter hin Ja dann kann ich ja nicht mehr drauf angreifen, das bringt ja auch nichts Ihr wart ja im Fight Brauchst dran aus Warum geht eigentlich immer an, Frisch halt Ich hab dich gar nicht angemacht Zwei Zwei Wäth Genau Wir können auch Nein Die Lägen brauchst du gleich nicht zu jagen Nein, hatte ich nicht vor Ich ziele sehr genau Na, jetzt habe ich vergessen raus zu gucken, wie viel Krieg du hast Zu wenig Ich ziele sehr genau Wir gehen den Snasher machen Jetzt aber schnell Mach mal einen Hawk dahin Mach mal deinen Adler dahin So weit geht der doch gar nicht, oder? Doch Doch Nein Nein, 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 nicht nicht Wir sind 5 Wir sind 3 4 Ich habe keine Mana Wollt ihr auch was davon? Irgendwas macht man nur da vorne No Keine Mana mehr wieder Scheiße Euer Team hat einen Turm zerstört Einverstanden Ich finde es immer noch so Mit der Ulti wird das erste Mal blau geklebt Ich habe das erste Mal den Bugger geklebt Die kill Das zweite mal blau geklebt Die Ulti ist geil Die Ulti ist geil Die gefällt dir, die Ulti Ja, die ist Hammer Mit der Ulti ist immer noch so Geht Ich muss eigentlich Die Ulti die Ulti Wir sind nicht Wir sind 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 Ich ziele sehr genau. Die lügt doch. Die sagt, sie zielt sehr genau. Die Ash sagt, sie zielt sehr genau. Tut sie nicht. Wollt ihr auch was davon? Wir müssen schnell weiter. Der Affenmensch ist gerade nicht da. Aber wir sind leider auch nur ohne Tromble. Da sind alle ja da. Ich ziele sehr genau. Jetzt aber schnell. Wir müssen schnell weiter. Wir müssen warten. Ich habe hier fast keinen Maler mehr. Bei dem kann man richtig schnell es essen, was da so scheiß Maler ist. Kannst du mal deinen... zum Blau mal hin machen. Zumindest hätte ich nur dir am Blau. ja Sollten die zwei Zeit da aufpassen, sonst ist er gleich tot. Sind die alle fünf da ja, ne? Wir müssen schnell weiter. Einverstanden. Nein, an allen Fronten gleichzeitig kämpfen lassen, da käme ich schon mal einen Überblick drüber. Ja klar, Ulti drückt mich oben dann mal eben. Nein! Nein! Ich glaube, mein Blau ist auch weg. Mach heimisch. Ja? Das Blaue ist mit sich weg. So. Und die werden Baron gleich wieder machen. Wir zielen sehr genau. Oder auch nicht. Wir müssen schnell weiter. Zumindest warum wir da, die machen Baron. Wollt ihr auch was davon? Wann ist dein Ding jetzt wieder weg? Ein Adler in 40 Sekunden habe ich gerade erst gejustet, hast du gesehen. Die sind gerade am Baron machen. Nein, doch noch nicht. Wir müssen schnell weiter. Okay. Genau zwischen die Augen. Jetzt aber schnell. Boah, alles teile. Ich könnte kotzen. Da lässt mich auch nicht eine Welle irgendeine Farbe. Geht mal hinter mir her und... Ich ziehe es sehr genau. Was? Die machen unsere Wurst kaputt. Der Blaue ist da. Geil. Ich ziehe es sehr genau. Ja, nee. Der Kartus. Ich schau mal wieder. Ich habe es. Ich habe jemanden. Ich habe mich nicht in den letzten Jahren alles gespielt. ein bisschen backdoor die empfehlt euch aber oben forten alle alle nicht einfach fahren jetzt ist schon gleich tot das ist nicht Sinn geh nicht zu weit raus nee, hatte ich nicht vor geh nicht zu weit raus nein greif dir doch einfach an was machst du? was denn? greif doch hier schon einfach an ja, hinter den tiefstehen du hast range du kannst den tiefstehen ja, aber der Dings hat auch range wieso hast du nicht erst erstes Armour Filetration genommen weil du mir als erstes Unendigkeit gesagt hast ja also ja als als да ich hab gesagt die sind situationsabhängig die haben nur die haben einen Haufen Tanks voll ja aber Tanks, du musst direkt gleich Lever gehen, oder beat Last Whisper, oder halt auf Dingens, ne? Genau, das war kein Schand, das war total nützlos. Ein Gegner ist legendär. Einverstanden. Black Reaver kommt ja jetzt gleich, ja. Ja, aber es ist zu spät, viel zu spät. Du hast wieder deinen Fortfall an. Schon ausgemessen. Der ist halt automatisch an, wenn ich wiederbelebt werde, oder so, ich weiß auch nicht. Und ich vergesse ihn auch noch auszumachen, wenn ich ihn anhalte. Ja. Wir müssen schnell weiter. Wir müssen schnell weiter. Wollt ihr auch was davon? Das Mana... Problem nervt ein bisschen. Ich die ganze Zeit da das Mana bin. Durchgehen. Ah. Jetzt aber schnell. Okay. Für die Dokunft, Six braucht Trainer. Höhöhöh. Nächste. Ja. Und wie hier rausgehen sind wir tot. Wir müssen schnell weiter. Jetzt aber schnell. Mitte sind sie. Ich weiß nicht, was ich meine Mana ist? nein 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 was ah klasse ich habe mich verloren ich habe mich verloren ich bin zu weit nach vorne gegangen so ein geiles Spiel 600 man